Du bist der Bambi-Killer! Im saukritischen Interview mit Indi Goschen ist Chris Raber, der Bambi-Killer. Sie kennen uns ja, wir sind ein saukritisches Magazin und wir haben Sie sehr genau beobachtet in der letzten Zeit. Und wir haben festgestellt, immer wenn Sie reinkommen beim Entrance, dann Sie Fliegen fangen. Warum das? Eigentlich mache ich das Krokodil. Aber Fliegen fangen ist natürlich auch... Und deswegen, weil Sie Fliegen fangen tun, haben wir uns gedacht, wir bringen Ihnen was mit. Da geht es einfacher, die Fliegen-Klatsche und da sind es auch sicherlich erfolgreicher und mit dem geht es schneller einfach. Erfolgreiche Fliegen fangen oder was? Ja, darum geht es ja bei Ihnen beim Entrance, oder? Nein, ums Krokodil. Es geht ums Krokodil, aber jetzt anscheinend geht es um Fliegen. Ich werde mir das zu Herzen nehmen, aber heute nehme ich nicht mit, okay? Der Gimmick. Das ist aber jetzt enttäuschend. Das haben wir uns extra hergebracht für Sprata-Catch, haben wir uns gedacht, Sie kommen da mit einem neuen Gimmick rein. Gleicher zwei. Mit zwei wird das gehen. Da kann ich Krokodil und Fliegen fangen an verbinden. Okay, dann machen wir das so. Beim nächsten Mal bringen wir den zweiten mit, aber dann werden Sie es wirklich verwenden, ne? Okay. Passt. Was machen? Hand drauf, gell. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. ARD Text im Auftrag von Funk